Hallo und guten Tag. Heute befassen wir uns mit einer Sendung des SWR. Es geht um Vitamin D. Schauen wir mal, wie Vitamin D in der Öffentlichkeit präsentiert wird. Es geht los. In ihrer Praxis macht Ärztin Dr. Doris Reinhardt seit einigen Jahren eine erstaunliche Erfahrung. Wie? Sie staunt über das, was die Patienten hier sagen. Das heißt, nicht die Medizin selber hat etwas entdeckt, sondern die Patienten haben etwas entdeckt. Da ist natürlich die Autorität der Ärzte infrage gestellt. Ihre Patienten vermuten bei Beschwerden einen Vitamin D-Mangel. Das ist auch ganz schlecht, wenn man gegenüber Autoritäten bereits eine feste Vermutung hat. Wenn man sagt, Herr Doktor, könnte es nicht das und das sein. Naja. Also die Nachfrage nach Vitamin D, was bringt es mir? Soll ich das nehmen? Kann man das im Blut messen? Die Frage ist in den letzten drei Jahren doch gehäuft aufgetaucht. Ja, und da könnte man mal nachdenken, auf welchen Quellen basiert das? Woher haben die Leute das? Und welche Erfahrungen haben die das gemacht? Und welche Erfahrungen haben sie mit Vitamin D gemacht? Nachgeschaut bei etwa 100 Patienten, die Laborwerte bestimmt. Die meisten waren im Normbereich. Die meisten waren im Normbereich. Hier geht schon der Streit los. Hier brauchen wir mal einen Faktencheck. Das ist die Internetadresse, unter der Sie eine wissenschaftliche Information finden. In dieser Grafik wird eine wissenschaftliche Studie nachgestellt. Die meisten Menschen mit vier verschiedenen Institutionen machen sich Gedanken über die Frage und sagen, es sollte eigentlich 30 bis 100 sein. 30 ist also von vier verschiedenen Autoren das Minimum. 30 bis 100. So wie diese Patientin. Aber Vitamin D hilft nun mal nicht gegen Müdigkeit und Muskelschmerzen. Aha. Das wird hier einfach so eingeblendet, dass es das, was viele bereits erfahren haben, wird hier generell in Abrede gestellt. Hilft nicht gegen Müdigkeit und Muskelschmerzen. Hier brauchen wir mal einen Faktencheck. Wie verhält es sich damit? Können Leute berichten, dass zumindest in Einzelfällen Müdigkeit beseitigt wird und Muskelschmerzen beseitigt werden? Faktencheck los! Zweiter Faktencheck. Müdigkeit und Muskelschmerz. Welche Bedeutung hat hier Vitamin D? Fragen Sie Leute wie dich und mich unter vitamind-erfahrung.de Hier ist das Suchwort Müdigkeit eingegeben und Sie finden eine Fülle von Berichten, die absolut echt sind und mit denen Leute anonym eingestellt haben, was sie für gute Erfahrungen gemacht haben. Es gibt auch die wissenschaftliche Möglichkeit, Fatigue ist das entsprechende Schlüsselwort und das geben Sie bei PubMed ein und dann kriegen Sie hier 290 Pfundstellen in der Verknüpfung mit Vitamin D. Muskelschmerzen. Hier gibt es neben der Bereich Vitamin D-Erfahrung auch die Vitamin D-Praxis. Hier sehen Sie Fallberichte von Leuten, die zunächst einen Vitamin D-Spiegel gemessen haben, die Korrektur gemacht haben und dann keine Muskelkrämpfe mehr gehabt haben. Die Zusammenhänge zwischen Vitamin D-Mangel, Muskelschmerzen und Erschöpfung, das ist auch Thema meines Vortrags in Brügge gewesen. 2009 habe ich das bereits gesagt und wenn wir heute in PubMed gucken, dann sehen wir hier 66 Publikationen allein zum Fachbegriff Vitamin D und Myalgia, also Muskelschmerz. Das Buch ist erschienen und offenbar möchten die SWR-Redakteure hier komplett vorbeigehen. Es ist der Bestseller unter 200 Büchern zum Thema Vitamin D, über 20 Auflagen, erstklassige Bewertung und da habe ich auch das komplett dargestellt, dieses Syndrom des akuten Vitamin D-Mangels. Das darf natürlich in dem Fernsehbeitrag überhaupt nicht zur Diskussion gestellt werden, denn dann könnten ja die Leute wach werden. Müdigkeit und Muskelschmerz, das ist ein typisches Vitamin D-Thema. Doris Reinhardt verschreibt es nur, wenn die Knochengesundheit beeinträchtigt ist. Der Mensch besteht nur aus Knochen. Die Knochengesundheit, das ist der Kern des ganzen Beitrags. Was ist denn mit den anderen Faktoren? Hier brauchen wir mal einen Faktencheck. Gibt es außer der Knochengesundheit noch irgendetwas anderes am Menschen? Ist Vitamin D nur für die Knochengesundheit da? Wir schauen mal nach. Extra-Skeletal-Effekts, Vitamin D. Wir finden 200 Pfundstellen auf pubmed.gov. Und wenn wir eine Studie rausgreifen, hier ist die Codenummer genannt, dann sehen wir, dass praktisch in allen Bereichen des Körpers Vitamin D-Mangel sich nachteilig auswirkt. Also, bei der Knochengesundheit, da haben wir nur die Spitze vom Eisberg. Es ist deutlich mehr. Es ist unzulässig, Vitamin D heutzutage noch allein auf die Knochengesundheit zu fokussieren und den Rest auszublenden. Doch das sehen offenbar nicht alle ihre Kollegen so. Denn die Zahlen für Vitamin D auf Rezept gehen steil nach oben. 450.000 Mal verordneten es die Ärzte 2007, Bis 2016 hat sich die Zahl fast verzehnfacht. Und wenn man ein solches Phänomen sieht, dann könnte man natürlich als Journalist auf die Idee kommen, dass da irgendwo eine Substanz hinter steckt, dass die Menschen das nicht machen, weil es einfach ihnen eingetrichtert wird, sondern weil ein Effekt dahinter steht. Generell können wir sagen, wenn etwas boomt, es muss auf irgendeinen Bedarf treffen. Also hier wird im Grunde die typische journalistische Vorgehensweise verdreht. Damit sind die Kosten für die Krankenkassen von 12 auf 87 Millionen Euro gestiegen. Ja, und wir brauchen hier eine Gegenrechnung. Ja, und selbst wenn es diese Kosten von 87 Millionen gibt. Auf der anderen Seite wird der Körper effizienter und es lassen sich Medikamente einsparen. Hier brauchen wir mal einen Faktencheck. Ja, wie ist es mit der ökonomischen Belastung? Der vierte Faktencheck unter dem Stichwort Economic Burden Europe bringt hier gleich 12 Publikationen. Wir greifen mal eine raus. Und hier wird von namhaften Autoren klargestellt, es können sich über 180 Millionen einsparen lassen, wenn man denn den Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung beheben würde. Und das bei einem Einsatz von 10 Millionen Euro. Also es ist ein großer Benefit, ein großer Vorteil zu erwarten, wenn man erstmal den Menschen das Vitamin D gibt. Das heißt, die ökonomischen Belastungen sind durch den Vitamin-D-Mangel nicht durch die Gabe von Vitamin D. Wir fragen bei der Arzneimittelinformation Berlin nach. Letztendlich ist es ein Hype, der erzeugt worden ist. Hype, der erzeugt worden ist. Oder sind es nicht die Menschen selber, die hier eine Lösung gefunden haben? Schauen wir mal nach, wo tatsächlich für Vitamin D geworben wird und wo die Informationen herkommen. Wir brauchen einen Faktencheck. Werbung für Vitamin D. Wo ist Werbung für Vitamin D zu finden? Wir sehen hier die Umsatzverteilung bei Monovitaminpräparaten. Vitamin C macht hier 50% aus. B, 30% Vitamin D hat mit 8% einen ganz kleinen Anteil unter ferner Liefen. Es ist also gar nicht dieses Hype-Vitamin, wie immer behauptet wird. Und wenn wir Google fragen, wie ist das mit TV-Spots, dann finden wir eine ARD-Selbstdarstellung, dass eben hier TV im Anteil der Werbeumsätze ganz vorne liegt. Und für Arzneimittel wurden immerhin 876 Millionen Euro im Jahr 2013 ausgegeben. Aber wir haben noch nie einen einzigen Werbespot für Vitamin D im Fernsehen gesehen. Es gibt das nicht. Das heißt, es wird kein Hype erzeugt. Hype erzeugen heißt, ein paar Millionen in die Hand nehmen und damit die Bevölkerung beballern. Das passiert aber hier gar nicht. Das heißt, es muss andere Ursachen für diesen Boom geben. Es ist im Gegenteil so, dass Vitamin D in der Presse immer wieder negativ dargestellt wird. Und wenn viele sich verabreden, etwas, einen Schwachen zu verprügeln, dann nennt man das Mobbing. Gleichlautende Artikel finden sich in ganz vielen Zeitungen. Hier sind über 40 Zitate und Belege erbracht auf dieser Webseite, dass eben immer wieder dieselben Beschuldigungen kommen, die aber nicht haltbar sind. Ich habe eine 4000 Euro Wette gestartet, um zu belegen, dass diese Behauptungen falsch sind. Aber es wird immer wieder weitergesagt und wenn alle Zeitungen dasselbe sagen, dann muss hier wohl eine Synchronisierung vorliegen. Und das ist eben das Interesse von irgendjemandem, der daran Geld verdient, dass die Menschen in ihrer Armut beim Vitamin D bleiben. Das begabteste Kind wird zum bevorzugten Mobbingopfer. So ist es auch bei Vitamin D. Es ist ein Konkurrent, der auf den Plan tritt, der unglaubliche Möglichkeiten schafft. Und das ist anderen ein Dorn im Auge. Werbung? Nein, das ist nicht der Grund. Vitamin D schafft es aus eigener Kraft. Es gibt natürlich Auswirkungen auf die Verbraucher. Wenn überall über Vitamin D geschrieben wird, wenn gesagt wird, wenn man genug Vitamin D nimmt, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass man Diabetes bekommt, Krebs bekommt, Parkinson, Multiple Sklerose, das ist alles günstig. Ja, das sind die Fragen. Diabetes, Parkinson, Multiple Sklerose, gibt es hier Zusammenhänge? Diese drei Begriffe wollen wir jetzt mal im Faktencheck nachprüfen. Diabetes, Parkinson, MS. Das wollen wir mal prüfen, ob hier ein Effekt durch Vitamin D vorliegt. Das wurde ja in Abrede gestellt. Erster Bereich Diabetes, Vitamin D. Wir haben hier in dieser Verknüpfung 2000 Publikationen und mehr, die sich damit befassen. Und wenn ein Wissenschaftler sich hinstellt und sagt, nein, nein, mit Diabetes hat das nichts zu tun, dann hat er einfach seine Hausaufgaben nicht gemacht. Und wir haben auch Doppelblindstudien, es wird ja immer gesagt, es gäbe keine Studie, wir haben hier in Indien getestet, dass Vitamin D zu deutlich geringeren Nüchternzuckern führt, im Vergleich zu solchen, die ein Placebo bekommen haben. Wir können durch die Vitamin D-Gabe allein eine Verbesserung des Hb1c-Wertes um einen ganzen Punkt erwarten. Und wenn Sie das alles nachlesen wollen, dann gibt es eben diesen Vitamin D-Joker. Da kommen Sie auf eine Suchzeile meiner Seite und können dann hier einiges über Diabetes und Vitamin D nachlesen. Zweiter Punkt. Parkinson. Wenn wir das bei PubMed eingeben, dann kommen wir auf über 200 Publikationen, greifen wir uns mal eine Doppelblindstudie raus, über 100 Leute wurden hier behandelt und das Ergebnis war signifikant für Vitamin D. Es schützte vor dem Verfall der Zellen. Und wenn Sie hier mal einen interessanten Film ansehen wollen, dann gehen Sie auch wieder über den Joker auf die Webseite, geben da einfach Parkinson ein und finden hier ein sehr oft geklicktes 10-Minuten-Video, was eben nicht nur Parkinson, sondern auch Alzheimer und Alterung einbezieht. Das ganze Nervensystem braucht Vitamin D, um sich vor dem Verfall zu schützen. Als drittes MS. Das ergibt bei PubMed über 1000 Fundstellen. Hier ist ein dicker Zusammenhang zu erkennen und Doppelblindstudien zeigten auch, dass sich die geistigen Funktionen verbessern. Es gibt ganz viele Studien und hier ist ein enormes Potenzial und das lehrt natürlich die Pharmaindustrie das Fürchten. Nachlesens können Sie das wieder über diese Seite vitamin-d-gegen-ms.de oder vitamin-d-joker. Das wird Ihnen zeigen, dass hier schon sehr viel geschehen ist und sehr viel getan werden kann. Dreimal Daumen hoch für Vitamin D gegen die Krankheiten Diabetes, Parkinson und MS. Wenn ich einen hohen Vitamin-D-Spiegel in solchen Situationen zu haben, dann glaubt man das. Dann nimmt man hinterher Vitamin D einfach, um gesund zu leben. Wir müssen ganz klar erkennen, dass die Medizin diese Menschen mit ihren chronischen Krankheiten ganz schön im Griff hat. Und diese Menschen fragen natürlich auch, wie komme ich von meinen Erkrankungen runter, von Diabetes, von Parkinson, von Multiple Sklerose. Gibt es hier irgendeine Möglichkeit, das zu verhindern, was mein Vater, meine Mutter bereits hat? Und dieser Ansatz, nach den Ursachen zu forschen, der fehlt in der pharmakologischen Medizin bisher ganz. Das ist ein Druckschluss. Ein Druckschluss. Es braucht also Beweise für den Nutzen von Vitamin D. Und hier brauchen wir wieder einen Faktencheck mit der Frage, gibt es einen Nutzen durch Vitamin D durch kontrollierte Studien. Immer wieder heißt es, es gibt keine Beweise für Vitamin D. Alles schön und gut. Die Beweise fehlen noch. Beweise sind heutzutage Doppelblindstudien. Wir haben hier reichlich davon. Unter vitamindbeweise.de können Sie sich das herunterladen. Und die randomisierten Studien, das können Sie auch mal bei PubMed abfragen. Es gibt hier über 3000 Publikationen, die hier gelistet werden. Schauen Sie sich das mal an. Da ist für fast jeden Bereich schon etwas dabei. Es gibt also die Beweise für den Nutzen von Vitamin D. Nur, sie bringen das ganze bisherige System durcheinander. Und deshalb stören sich viele Leute daran. Wolfgang Becker-Brüser ist überzeugt, die Nachfrage nach Vitamin D wird künstlich gepusht. Künstlich, hier müssen wir mal fragen, wer pusht hier eigentlich künstlich? Gibt es hier eine Fernsehwerbung? War tatsächlich die DGE selber Ursache für den Hype? Dadurch, dass sie von 200 auf 800 Einheiten die Empfehlung erhöht haben. Schauen wir mal bei Google nach. Wir haben hier mit diesem Stichwort einfach nur die Verlautbarung der DGE selber. Es sind keine anderen Referenzen zu finden. Nirgends wurde das erwähnt. Ich habe das damals am Rande mitbekommen, dass man hier von 200 auf 800 die Empfehlung erhöht hat. Es war eher eine Nacht- und Nebelaktion. Fast niemand hat es mitgekriegt. Und wir müssen eine ganz andere Ursache erkennen. Nämlich, dass jährlich 4000 Publikationen aus der Wissenschaft hier zu finden sind. Wenn Sie Vitamin D eingeben bei PubMed, dann sehen Sie hier immer Results per year und steigende Zahlen. Und das ist auch der Boom. Die Wissenschaft hat sich selber dem Thema zugewendet. Es ist kein künstlicher Hype, der mit Geld geschaffen wurde. Woher soll dieses Geld auch immer kommen? Will sich die Pharmaindustrie einen natürlichen Stoff zum Feind machen? Nein, die Pharmaindustrie macht immer aus natürlichen Dingen synthetische Produkte, Genveränderungen, um dann zu sagen, wir haben ein Patent drauf. Das Vitamin D ist so stark in seinen Effekten, dass es durchdringend und die Wissenschaftler in aller Welt sich diesem Thema zuwenden. Der Vitamin D-Hype ist erkenntnisbasiert. Gelöst wurde der Hype 2012. Damals erhöhte die Deutsche Gesellschaft für Ernährung die empfohlene Vitamin D-Zufuhr, weil es neue Studien zur Knochengesundheit gab. Dieses Vorgehen wurde jedoch überbewertet und in den Medien machte das Schreckgespenst vom Vitamin-D-Mangel die Runde. Damals hat man Vitamin D in der Empfehlung von 200 auf 800 Einheiten heraufgesetzt. Die Frage ist, was bringen bei einem Erwachsenen 200 Einheiten, was bringen 800 Einheiten? Wir brauchen hier einen Faktencheck. Zu welchen Spiegeln führt die neue Empfehlung? Ja, wie ist das eigentlich mit diesen 200 und 800 Einheiten Vitamin D? Gehen wir mal auf den Vitamin D-Simulator. Hier rechnen wir mal für einen 85-Jährigen, 85 Kilo Menschen durch. Was es bringt, wenn man 200 Einheiten täglich nimmt, das ist eine Wochendosis von 1400 Einheiten. Und selbst wenn wir einen guten Anfangswert haben, der sinkt dann immer weiter ab. 200 Einheiten pro Tag, das ist praktisch sinnlos beim Erwachsenen. Und 800 Einheiten führt dann dazu, dass der Spiegel nicht auf 13 absinkt in einem Beobachtungszeitraum von einem halben Jahr, sondern nur auf 18. Das bringt es auch nicht. Wenn wir stattdessen 8.000 Einheiten ansetzen, also 56.000 Einheiten Wochendosis, wie Professor Spitz das benennt, dann haben wir tatsächlich einen Anstieg auf 69 Nanogramm pro Milliliter. Das ist dann wirklich brauchbar. Das heißt, 200 oder 800 Einheiten ist beides gleichermaßen insuffizient. Man hat diese Zahlen überhaupt in Umlauf gebracht um ganz vorsichtig die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern. Man wollte eben, dass irgendwo eine Versorgung hergestellt wird. Und dann hat man die eigenen Pflichten, die man sich auferlegt hat, dann ganz zaghaft erhöht. Aber damit ist auch nicht wirklich den Menschen geholfen. Professor Spitz liegt goldrichtig mit diesen 8.000. Diese Botschaft verbreitet auch Professor Jörg Spitz. Für ihn ist klar, dass die gesamte westliche Welt an einem Vitamin-D-Mangel leidet. Leidet die Welt an einem Vitamin-D-Mangel? Die Journalisten hätten hier mal nachprüfen können. Wir prüfen es mal. Gibt es einen Vitamin-D-Mangel in der westlichen Welt? Gibt es einen Vitamin-D-Mangel in Europa? Schauen wir mal wieder bei PubMed nach. Weiter mit die Deficiency Europe. Und wir finden hier sofort zahlreiche Fundstellen. Und hier ist ein Beitrag herausgegriffen. Und hier die Zielvorgabe wird hier von diesem sehr großen Autorenkollektiv aus Polen auf 30 bis 50 angesetzt. Und man entwickelt Supplementation Guidance, also Richtlinien für die Einnahme für die gesamte Bevölkerung. Man hat die politische Ebene hier bereits erkannt. Ja, es gibt einen europaweiten Vitamin-D-Mangel und es laufen auch schon Bestrebungen. Andererseits, wie das immer so in der Politik ist, da sind auch Kräfte, die dem entgegenwirken. Der Grund. Vitamin D wird hauptsächlich in der Haut gebildet, unter dem Einfluss von Sonnenlicht. Und das klappt nicht, so Spitz. Dann ist es unser Lebensstil. Wir sitzen allertags über drinnen, praktisch, und haben entsprechend keine Sonne mehr. Professor Spitz reist sozusagen als Vitamin-D-Papst. Von einem Vortrag zum nächsten, spricht vor Laien und Medizinern. Aber wir treffen Professor Spitz danach und wollen wissen, warum er einen weit verbreiteten Vitamin-D-Mangel sieht. Wir können davon ausgehen, dass aufgrund der Messungen, zwar offizielle Messungen von offiziellen Instituten, wie Robert-Koch-Institut, die überwiegende Mehrzahl der Bevölkerung im Mangel ist. 80 bis 90 Prozent der Bevölkerung ist im Mangel. Das wollen wir mal prüfen. Dann gibt es diesen verbreiteten Mangel. Faktencheck. Gibt es einen Vitamin-D-Mangel in Deutschland? Schauen wir auf die Publikationen. Es sind hier reichlich zu finden, 600. Und wenn wir hier mal eine Studie rausgreifen, dann ist hier in diesem mittleren Blau der Anteil von Menschen gezeigt, die über 30 sind. Das sind nur ganz wenige. Also die meisten sind hier in der gelben Zone. Das heißt, Werte unter 30 Nanogramm pro Milliliter. Und die rote Zone, das sind Leute, die ihre 12 nicht erreichen. Und das sind immerhin 30 Prozent. Man kann dann auch nicht hingehen und sagen, was kümmern mich die 5 oder 10 oder 20 Prozent, die einen Schaden erleiden müssen. Gucken wir doch auf die 70, 80 Prozent, die keinen Schaden erleiden. Das ist einfach eine verzerrte Darstellung. Und 79 Prozent der deutschen Kinder sind unterversorgt. Das ist hier, was resultiert, wenn man die Maßstäbe der DGE anlegt. Und die Schwangeren, bei denen es sehr auf eine Vitamin D-Versorgung ankommt, die sind sogar in größerem Umfang defizient als nicht Schwangere. 78 Prozent haben nicht mal diese 20 Nanogramm pro Milliliter. Und das ist ja in einer Zeit, wo sich beim Kind nicht nur die Knochen bilden, die Zähne, der gesamte Organismus. Wir haben hier größte Gefahren für die Schwangere. Und da kann ich nur empfehlen, auf meiner Webseite mal reinzuschauen, wenn Sie mit diesem Thema irgendwas zu tun haben. Da werden Sie einiges dazu finden. Es gibt den Vitamin D-Mangel in Deutschland und er betrifft nicht nur irgendwelche Extrempositionen der Bevölkerung, sondern geht mitten durch die Gesellschaft und trifft im hohen Maße Kinder, Schwanger und alte Menschen, gerade diejenigen, die besonders Schutz brauchen. Und das Amt für Risikobewertung macht hier eine Beruhigungspolitik. Was wir brauchen, ist ein Wert oberhalb von 30 Nanogramm pro Milliliter um... 30 Nanogramm pro Milliliter. Wir schauen mal nach. Ist dieser Wert gerechtfertigt? Ja, diese 30 Nanogramm pro Milliliter. Schauen wir uns das nochmal an. Das Risiko für Krebs wurde in einer amerikanischen Studie analysiert und wir sehen, dass wenn der Vitaminspiegel unter 40 fällt, dann steigt die Krebsgefahr gewaltig an und wenn sich die Menschen wundern, dass Leute, die im Grunde komplett gesund gelebt haben und nur gearbeitet und wenig Urlaub hatten, nicht geraucht, nicht getrunken, dann kriegen sie eben Krebs, weil Vitamin D fehlt. Das ist das Hauptrisiko für Krebs für Leute mit gesundem Lebensstil. Das ist meine eigene Studie, die ich im Jahr 2009 publiziert habe, zusammen mit Professor Zittermann. Wir sehen, dass hier unter 40 auch die Risiken der Sterblichkeit stark ansteigen und wir eine 10-Jahres-Sterbequote haben von etwa 20 Prozent bei einem 20 Nanogramm pro Milliliter Spiegel und das kann man natürlich als normal bezeichnen, weil viele das haben, aber das ist eben eine tödliche Normalität. 30 Nanogramm pro Milliliter auf jeden Fall, wenn nicht 40, 50 oder 60. Suchen sich was aus. Zumindest das Nötigste zu haben. Fast die gesamte Bevölkerung im Mangel? Kann das sein? Wir überprüfen das beim BfR, dem Bundesinstitut für Risikobewertung. Wir haben ja schon bei Feinstaub, Diesel und verschiedenen Versorchungen schon erfahren, wie Behörden damit umgehen. Der häufigste Lieblingsspruch ist, zu keinem Zeitpunktbestand irgendwie eine akute Gefährdung für die Bevölkerung. Das heißt, das Amt ist ja in der Verantwortung, für unsere Sicherheit zu sorgen. Und wenn man hier das Amt fragt, ob alles für die Bevölkerung getan worden ist, dann hat man natürlich auch eine amtliche Verlautbarung. Das ist etwas ganz anderes, als die Opferanwälte dann sagen können. Dort befasst sich Dr. Anke Ehlers seit Jahren mit dem Thema Vitamin D. Eine flächendeckende Unterversorgung oder gar einen Mangel kann sie nicht erkennen. Ich übersetze mal, das Amt sagt, wir haben alles richtig gemacht. Nach Professor Spitz ist ein Blutserum-Wert von mindestens 30 Nanogramm pro Milliliter nötig. Die Werte des renommierten Institute of Medicine, IOM, an denen sich das BfR orientiert, liegen jedoch weit darunter. Das IOM wird als Referenz genannt. Wie wird das IOM von Wissenschaftlern und Experten in der Fachwelt bewertet? Hier machen wir mal einen IOM-Faktencheck. Wie steht es um die Reputation des Institute of Medicine, IOM? Nachdem die geschrieben haben, kamen aus der gesamten Wissenschaft 39 kritische Antworten auf diesen IOM-Report. Das können Sie hier nachlesen unter dieser Adresse. Es ist alles publiziert und das IOM hat hiermit im Grunde Regierungspolitik betrieben nach dem Motto, was kümmert uns die kranke Bevölkerung. Die Reputation vom IOM ist miserabel und Professor Spitz hat in seiner Kritik völlig recht. 20 Nanogramm pro Milliliter ist der Zielwert, der ausreicht, um eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung zu erreichen hinsichtlich der Knochengesundheit bei einem Großteil der deutschen Bevölkerung, bei 97,5 Prozent. 20 Nanogramm, das ist also ausreichend und ausreichend bedeutet, wie in der Schule, schwach. Das heißt, nicht das, was zur Gesundheit beiträgt. Ich meine, Vitamin-D ist sportbillig. Warum sollen wir nicht, wenn wir mit Leichtigkeit auch sehr gute Werte herbeiführen können, das einfach mal machen? Und diese 20, wie viele Leute haben denn diese 20 in Deutschland nicht erreicht und haben da ein echtes Problem? Da müssen wir mal gucken, hat das Amt für Risikobewertung mit Blick auf die Versorgten nicht die Leute unter 20 vergessen? Wie viele Leute haben nicht mal die 20? Tja, wie viele Leute haben denn einen Vitaminspiegel unter 20 Nanogramm pro Milliliter? Hier sind die Daten von Hinz-Peter, Robert-Koch-Institut und wir sehen hier die Leute über 20 Nanogramm, das sind also 30 bis 50, also wir müssen sagen, umgekehrt sind 70 bis 50 Prozent unter diesen 20. Das heißt, wir haben hier ein gewaltiges Problem, insbesondere wenn wir auf die Wintermonate Richtung Frühjahr achten und da wird nichts getan und wenn man dann als Amt die Panik kriegt, dass diese Leute sich alle versammeln könnten und ihre ganzen Krebstodesfälle in der Familie vortragen können, dann muss man natürlich schon diesem Aufstand der Bürger entgegentreten und sagen, Leute, ihr habt alle genug, das ist hier normal. Also Professor Spitz hat recht mit seiner Kritik, dass ganz viele Leute im Mangel sind. Da muss man abgrenzen, das Risiko einer Unterversorgung und das Risiko eines Mangels. Das Risiko eines Mangels für Vitamin D tritt erst bei Serumwerten unterhalb von 12 Nanogramm pro Milliliter auf. Das heißt, hier wird gesagt, 12, das wäre schon irgendwie genug, dann wäre erst der Mangel da. Wir prüfen mal, was es mit diesen 12 auf sich hat. Sind 12 Nanogramm pro Milliliter nicht genug? Das ist natürlich jetzt total extrem. Schauen wir mal auf vier verschiedene Studien. Hier sind die PMID, das heißt die PubMed-Identifikationsnummern. Da können Sie Studien im Original nachgucken. Wenn wir hier unter 12 gehen, dann haben wir hier extreme Risiken. Die Risiken steigen schon an bei unter 40 und hier bei 12 Brustkrebs. Da gibt es verschiedene Studien, die das zeigen und auch die Sterblichkeit nimmt zu. Also 12 Nanogramm pro Milliliter Vitamin D, das ist die Anleitung zum Sterben. Wir sehen es hier auch an einer Studie über Brustkrebs. Ja, es sind schlimme Themen und in meiner Praxis sehe ich natürlich auch, dass es schlimme Entwicklungen gibt von Leuten, die nicht mit Vitamin D versorgt waren. Und wir sehen hier, dass bei einem Spiegel von 12 auch enorme Risiken sind. Das Krebsrisiko steigt an und es gibt auch viele Menschen, viele Frauen, die haben praktisch einen Vitamin D-Spiegel, der ist unmessbar niedrig und diese müsste die Medizin mal rausholen und mit Vitamin D versorgen und dann eine ordentliche Vitamin D-Therapie machen. Und wenn Sie das ganze Thema für sich, Ihre Familie und Ihre Tochter vermeiden wollen, dann müssen Sie eben einen Vitaminspiegel oberhalb von 60 haben. Ja, das mit den 12, das ist Schwachsinn und das ist auch eine Anleitung zum Krankwerden. Nach Ansicht von Professor Spitz müsste dieser Wert zweieinhalbmal so hoch sein. Er ist deshalb davon überzeugt, dass mit Vitamin D-Pillen nachgeholfen werden muss. Wie aber kommt es zu so unterschiedlichen Referenzwerten? Also diese anderen Institutionen orientieren sich an veralteten Ausarbeitungen. Das ist insbesondere das amerikanische Institut of Medicine, das diese Dinge berechnet hat und dem man nachgewiesen hat vor drei Jahren, dass sich um eine 10er Potenz vertan haben, was die Menge an Vitamin D angeht, die wir brauchen. Wir brauchen nicht die 800 Einheiten, die auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung immer zitiert werden, sondern wir brauchen 8000 Einheiten. Das ist statistisch nachgewiesen worden als Rechenfehler und ist publiziert worden, aber das IOM hat es bis heute nicht geschafft, das zu korrigieren. Schauen wir mal, gibt es diese Publikation, in der diese Frage des statistischen Fehlers aufgearbeitet wird? Ja, gibt es diesen Statistikfehler des IOM? IOM, das heißt ein Reporter muss einer Bemerkung eines Interviewten nachgehen und diesen Faktencheck machen. Das haben sie aber nicht gemacht, sondern das einfach so auf sich beruhen lassen. Es gibt hier eine Publikation, die können Sie nachlesen und aus dieser Punktekurve hat das IOM eine Verfälschung gebastelt. Also wir haben hier verschiedene Einnahmen und dann die Dosisantwort, das heißt wie stark sind die Leute angestiegen? Wir sehen, dass mit 2000 Einheiten die Leute nicht über diese 20 Nanogramm gekommen sind und dann hat man noch diese Kurve da draufgelegt und gesagt, ja, wir berechnen das mit der obersten Schwankungsbreite der einzelnen Kurve. Man hat also den optimalen Verlauf jeder Therapiegruppe genommen und das so schön gerechnet und die bittere Wahrheit war, dass im Bereich bis 2000 Einheiten überhaupt kein ordentlicher Anstieg war und dass die Leute die 20 nicht erreicht haben. Es ist also ein Fehler in der IOM-Statistik, der auch wissenschaftlich dokumentiert und publiziert wurde. Aber eine Entschuldigung hat es vom IOM natürlich nicht gegeben. Das IOM hat richtig gerechnet. Wenn man so herangehen würde, wie die Kritiker das wollen, dann würde man zu einer sehr hohen Zufall-Empfehlung kommen, die bei Weitem die bisher übliche überschreiten würde. Genau, und das Amt hat immer Angst, wenn etwas bisher falsch gemacht worden ist, dann ist nämlich eine gewisse Schuldzuweisung da. und jeder kann erkennen, dass zwar für Babys werden 1000 Einheiten pro Tag zugestanden, aber der Erwachsene soll nur 800 bekommen, also wenn jemand eben nicht 4 Kilo wiegt, sondern 40 oder 80 Kilo, dann braucht er doch das 10 bis 20 Fache. Das ist doch eine ganz logische proportionale Rechnung, die das Amt hier offenbar nicht auf dem Schirm hat. Alle sollen mit diesen 800 abgespeist werden, da ist die Argumentation schon inkonsistent. Nämlich um das 10 Fache und eine der Art Genau, wenn die Körpergewichte sich um das 10 bis 20 Fache unterscheiden, dann darf man auch mehr geben. Es muss körpergewichts adaptiert dosiert werden. Hohe Zufuhr Empfehlung könnte zu gesundheitlichen, zu ernsthaften gesundheitlichen Risiken führen. Könnte zu Risiken führen. Okay, das Leben ist voller Risiken. Ich meine, wenn ich das Risiko Krebs, Diabetes, Blutdruck, Erkrankung oder Parkinson vor Augen habe, dann habe ich da auch ein gewaltiges Risiko und das Risiko des Vitamin D wird hier im Grunde komplett in den Vordergrund gestellt. Wie ist es denn eigentlich mit dem Vergiftungsrisiko durch Vitamin D? Auch hier machen wir mal einen Fakten Check. Ja, die Intoxikation mit Vitamin D. Schauen wir uns einmal an, was hier die Mayo Klinik dazu sagt. Und zwar haben die Fälle zusammengetragen aus Tausenden von Vitamin D Bestimmungen haben sie dann ein paar Einzelfälle zusammengetragen. Da hatten Leute durch Einnahme von Millionen Einheiten den Vitaminspiegel in den kritischen Bereich oberhalb von 150 gebracht, teilweise bis 1200. Dann gab es Übelkeit, Wasserverlust, Schmerzen und Appetitmangel. Und das war aber alles. Es wurden keine Todesfälle berichtet und wenn man dann mit Vitamin D Zufuhr aufhört, dann kommen die Leute wieder in einen normalen Zustand. Das heißt, die schlimme Vitamin D Vergiftung wurde in allen Fällen praktisch überlebt. Und das ist eben die Gefahr, die es gibt, dass man das einem schlecht wird. Und wer hat das nicht schon mal erlebt, dass von irgendeinem Antibiotikum Übelkeit und Appetitmangel eingetreten ist, das ist jetzt kein Drama, es gibt das. Und es ist aber die Übertreibung beim Vitamin D Mobbing, dass man eben diese Einzelfälle aus diesen hohen Bereichen immer immer wieder als Abschreckung dafür nimmt, dass die Leute hier aus ihrer Zone der Fürsorgepflicht nicht herauskommen. Hier sind die vielen Leute und man sagt, nein, ihr dürft nicht aus dem Keller raus, denn wenn ihr aus dem Keller hochsteigt, dann könnt ihr nachher vom 20. Stock in die Tiefe stürzen. Nein, die Leute müssen einfach mal auf den Teppich kommen, auf den Boden, auf eine Normalität. Und hier ist eine typische verzerrte Darstellung und damit wird die sichere Normalität unterschlagen. Die Leute werden hinters Licht geführt. Intoxikation mit Vitamin D, das gibt es ab 150, aber der Vitamin D Simulator, da kann man alles eintragen, da kann man das sicher mit vermeiden und wer gleich bei Vitamin D von Intoxikation spricht, der möchte die Leute eben für dumm verkaufen. Muskelschwäche, Verdauungsstörung, Nierenversagen, das prüfen wir doch jetzt mal nach. Wie ist es da mit einer Gefahr im Bereich von 8000 Einheiten pro Tag für den Erwachsenen? 8000 Einheiten, das soll ein Risiko sein, machen wir den 18. Faktencheck wieder mit dem Vitamin D Simulator, 8000 Einheiten sind 56.000 pro Woche, bei einem 85 Kilomann ergibt sich ein ordentlicher Anstieg, der Wert wird sich irgendwo bei 69, 70 einstellen und das ist völlig in Ordnung, das sind schützende Werte und wir können nur sagen, das ist richtig, ich, Professor Spitz hat in diesem Punkt wieder einmal recht. Doch der Vitamin D-Hype ist auch ein Riesengeschäft für Ärzte, Apotheker und Pharmahersteller. Ein Riesengeschäft für Ärzte, Apotheker und Pharmahersteller, das ist natürlich die Frage, Ärzte, worin ist das Geschäft für die Ärzte begründet, wieso haben Ärzte etwas davon, wenn Leute gesund bleiben? Apotheken, wieso ist bei den Apothekern ein Geschäft zu erwarten, wenn die Leute sich vor diesen Erkrankungen schützen und Pharmahersteller, die haben ja ganz andere teure Medikamente für uns in der Schublade, die sie uns verkaufen wollen. Wieso ist es dann ein Geschäft für die Pharmahersteller? Hier wird mal eben rumgedreht, wir brauchen ja einen Faktencheck. Geld, Geld, Geld. Es ist absolut scheinheilig in einer Gesellschaft, die auf Boom und Umsatz geeicht ist, zu sagen, da wird Geld mit verdient. Und schauen wir doch einmal an, wie es sich tatsächlich verhält. Der Economic Benefit, das heißt der wirtschaftliche Vorteil, wenn man den Vitaminspiegel auf 40 Nanogramm pro Milliliter steigern würde. In Kanada, das ist ja ein Land, das hat dieselbe geografische Breite wie Deutschland, deshalb absolut vergleichbar. Hier wird berechnet, dass die Kosten sich um 12 Milliarden im Gesundheitswesen vermindern werden und es 23.000 Tote pro Jahr weniger gibt. Umsatzeinbruch bei Ärzten, bei Apothekern und Pharma und das ist die eigentliche Angstgröße, die hier dazu führt, dass man sagt, na, da wird Geld mit verdient. Aber das ist das Gegenteil, ist wahr. Vitamin D hilft sparen, trotz Laborkosten. Wer hätte es gedacht, dass eine natürliche Methode mehr bringt als die synthetische. Auch Labore profitieren. Sie suggerieren in ihren Messberichten einen Mangel, wo gar keiner ist. Ein Mangel, wo keiner ist und die Labore profitieren. Wie viel geben Ärzte eigentlich für die Bestimmung von Laborwerten aus? Wie viel an Budget steht zur Verfügung, um bei einem Patienten den Vitamin-D-Spiegel zu bestimmen? Ja, Vitamin-D-Spiegel kann man den mal einfach so auf Kasse bestimmen. Wie läuft das eigentlich? Und hier ist die Kassenärztliche Bundesvereinigung zuständig und die haben am 1. April 2018 einen ganz üblen April-Scherz rausgebracht. Also das ist nämlich kein Scherz, das ist die bittere Wahrheit. Hier kann man es nachlesen. Hier wird eine Berechnung gemacht und zwar die Praxis hat Laborkosten in diesem Fall von 1,55 pro Patient in drei Monaten ausgegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Also gemeint ist hier die Quartalsabrechnung. Und dann hat man vielleicht drei Werte für 50 Cent gemacht und dann liegen diese Kosten noch unter 1,60 und dann wird der Bonus ausgezahlt. Herzlichen Glückwunsch. Wir können Ihnen die Bestechungsprämie überweisen, denn Sie haben dem Patienten die Leistung vorenthalten. Ich halte sowas für korrupt, aber es steht im Gesetz mit drin. Und wenn der Arzt jetzt hingehen würde und sagt, ich will jetzt mal einen Vitamin-D-Spiegel machen, dann muss er diese Gebührenordnung benutzen im Bereich der gesetzlichen Krankenkassen. Dann kostet es Ihnen 18,40 Euro. Das heißt, er muss das Budget von 15 Patienten einsammeln, damit er bei einem diesen Vitamin-D-Spiegel machen kann. Dann kann er aber bei den anderen überhaupt keinen einzigen Wert mehr machen. Dann bleibt er ihm im Zielbereich und dann gibt es Bonus. Und hier ist eben der Fall dargestellt, wenn jemand schon auf 3,80 Euro pro Patient geht, dann wird kein Bonus ausgezahlt. Das heißt, die Panik der Ärzte ist, dass sie durch die Vitamin-D-Spiegel Strafzahlungen erleiden, das heißt Schaden erleiden. Und das ist ein perfides System, was auch noch durch Korruptionszahlungen gestützt wird. Hier könnten sich die Journalisten mal drangeben und einen tatsächlichen Enthüllungsjournalismus machen, wie hier mit den Rechten verfahren wird, wie Ärzte und Krankenkassen sich gegenseitig das Geld aufgeteilt haben, das eigentlich dem Versicherten zusteht. Sogar einen mehr als ausreichenden Vitamin-D-Spiegel bezeichnen sie als bedenklich und legen Ärzten nahe, zusätzlich Pillen zu verordnen. Hier steht es auf dem Bildschirm der Ärztin. Die Patientin hat einen Wert von 13,6. Es liegt ein Vitamin-D-Mangel vor und offenbar orientiert sie sich an dieser 12er-Grenze, damit diese Patientin keinen Anspruch erheben kann. So kann man natürlich auch die ganzen berechtigten Forderungen abbügeln. Doch Ärztin Doris Reinhardt sieht nur einen kleinen Personenkreis, dem zusätzliches Vitamin-D, genauer gesagt Vitamin-D3, tatsächlich helfen kann. Bei Menschen, die gerade in den Wintermonaten sehr wenig Tageslicht bekommen, weil sie beruflich bedingt in geschlossenen Räumen arbeiten und tagsüber gar keine Möglichkeit haben, zu Sonnenlicht zu kommen. Denen kann man empfehlen, 1000 Einheiten Vitamin-D3 über die Wintermonate zu nehmen. Das heißt, wir haben es gehört, 1000 Einheiten, das sollte jeder nehmen. Und zwar über die ganzen Wintermonate, für die, die nicht draußen sind. Reicht das eigentlich aus? Denn das ist ja auch die Baby-Dosierung. Machen wir doch mal den Faktencheck. 1000 pro Tag täglich 1000 Einheiten Vitamin-D. Immer wieder kommen die 1000 Einheiten, weil die Packung gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Schauen wir mal nach, was bei einem 85-Kilo-Menschen herauskommt. Es sind 7000 als Wochendosis und wir sehen hier, dass die Vitamin-D-Spiegel immer weiter fallen. Die gehen auf den Wert von 19. Damit ist nichts geholfen. Da sind wir voll in der Krebsrisiko- und Sterblichkeitszone drin. Das ist irgendwo die Anleitung zum Kranksein. Wir dürfen nicht vergessen, Vitamin-D3 ist ein fettlösliches Vitamin. Und das, was wir am Sommer, über die Sommermonate als Vitamin-D3 tanken, das steht uns im Winter zur Verfügung. Machen wir auch hier den Faktencheck. Wir tanken im Sommer kräftig Vitamin-D und schauen, wie das über die Wintermonate dann zur Verfügung steht. Wir möchten aber hier eine optimale und nicht so eine Notversorgung. Wir machen hier mal den Faktencheck. Ja, die Speicherung und das fettlösliche Vitamin-D. Ja, es wird gespeichert tatsächlich. Aber wie lange hält denn so ein Speicher? Schauen wir mal nach. Hier wird also nichts an Vitamin-D zugeführt. Wir schauen in die Zukunft, wie es vom September hier runter geht. Und wir sehen, sind hier schon von einem guten Sommerwert von 40 im November bei 24. Reif für die Insel. Wir haben die optimalen Werte schon verlassen. Und wenn das dann immer so weitergeht, dann sind wir ganz tief unten. Also, wenn jemand uns sagt, meine Güte, mein Konto ist leer. Und dabei habe ich doch letzten Sommer gearbeitet bis zum 21. September. Dann habe ich natürlich aufgehört zum Arbeiten. Aber jetzt im Januar ist mein Konto leer. Was ist nur geschehen? Ja, es wird zwar gespeichert, aber es geht auch wieder verloren. Und die richtigen Verhältnisse finden Sie hier im Vitamin-D-Simulator. Speicherung, ja, reicht nicht wirklich für den Winter. Diese 8000, die sind dringend empfohlen für Erwachsene. Selbst im Winter ist deshalb ein Mangel kaum zu befürchten. Kaum zu befürchten, das kann man auch anders sehen. Wir haben es gezeigt. Es entsteht der Eindruck, dass der Vitamin-D-Mangel von bestimmten Interessengruppen oft nur herbeigeredet wird. Oder weggeredet wird von anderen Interessengruppen. Es ist also ein politischer Streit. Loris Reinhardt jedenfalls verschreibt das Präparat nur, wenn die Knochengesundheit gefährdet ist. Die Knochengesundheit ist das alles, besteht der Mensch nur aus Knochen und scheint immer die Sonne. Welche Fakten finden wir in der Wissenschaft dazu? Vitamin D hat es nur Einwirkung auf die Knochen oder nicht? Ja, Vitamin D nur für den Knochen, nur für den Knochen. Ich habe hier eine ganz ungewöhnliche Suchaufgabe. Wir geben bei Google einfach ein Vitamin D Extra Skeletal Effects und wir sehen hier ganz viele Schaubilder, die den ganzen Körper, den ganzen Menschen zeigen, mit vielen Pfeilen, was alles für Effekte nachgewiesen wurden. Jeder einzelne Pfeil steht hier für eine Studie, dass hier nachgewiesen wurde, dass Vitamin D eine echte starke Wirkung hat. Aber so eine Sache, das kann ja den ganzen Autoren und den Journalisten nicht zugemutet werden, dass sie sich mal an Google dransetzen und hier solche Sachen nachschauen. Es ist absolut plausibel, aber es wird immer wieder gerne auf den Knochen fokussiert, um die anderen Sachen auszublenden. Man könnte genauso gut sagen, ein Euro Mindestlohn, das hat sich als völlig ausreichend erwiesen. Die Leute können damit genügend Trinkwasser sich besorgen. Also es geht nicht nur um Knochen und der Mensch braucht nicht nur Wasser, er braucht auch andere Nährstoffe. Und das ist einfach eine verzerrte Darstellung und das ist der Bestandteil des Betruges. Vitamin D nur für die Knochen, das ist zu wenig. Ansonsten reichen 10 bis 15 Minuten Sonne täglich aus. 10 Minuten täglich reichen aus. Und zwar, wie hier gezeigt, in einer Teilbelichtung von 10%. Schauen wir mal, ob 10 Minuten im Winter ausreichen. Faktencheck. Ja, immer wieder 10 Minuten genügend, das ist auch so ein Märchen, was ich im Vitamin D Mobbing aufgearbeitet habe. Schauen wir mal in den Simulator. 10 Minuten bei einer Belichtung von Unterarmen und Gesicht, so wird es ja immer wieder formuliert. Das soll ausreichen, wir haben dann im Verlauf einer Woche, wenn wir 7 mal dazu kommen oder sogar 10 mal, haben wir insgesamt ein vollständiges Sonnenbad. Und das hilft immerhin dazu, dass im Sommer mit dieser Naturzufuhr der Vitamin D Spiegel ungefähr bei 36 bleiben kann, wenn er vorher noch höher war. Und dann reißt aber mit Beginn September die Sonnenzufuhr ab. Es wird trübe, die Sonne, selbst wenn sie scheint, ist zu schwach. Die kann die chemische Reaktion in der Haut nicht auslösen. Das geht nur, die Vitamin D Bildung, wenn die Haut richtig schön heiß wird, wenn man in der Sonne praktisch brät, ohne Sonnencreme natürlich. Und dann geht es runter. Das heißt, über den Winter kommen wir schon gar nicht und mit diesen 10 Minuten auch nicht. Das ist ein Ammenmärchen. 10 Minuten genügend, nein, wir brauchen die 8000 Einheiten. Also Entspannung. Man muss nicht gleich bei jeder Befindlichkeitsstörung einen Vitamin D Mangel vermuten. Wie ist es mit Befindlichkeitsstörung, mit Müdigkeit, Mattigkeit, Kreislaufstörung, diese Befindlichkeitsstörung? Warum sollte man nicht hinter jeder Befindlichkeitsstörung einen Vitamin D Mangel erst mal vermuten? Wir machen mal den Faktencheck. Ja, nicht, schon gar nicht bei Befindlichkeitsstörung soll man Vitamin D einnehmen. Und Befindlichkeitsstörung, das ist aus dem Mund eines Arztes. Sie haben eine Befindlichkeitsstörung heißt übersetzt, wir haben bei Ihnen nichts befunden. Sie haben irgendetwas, was wir nicht kennen, werden Sie selber damit fertig. Und durch die Vitamin D Therapie gibt es jetzt eine echte Heilung. Und oft wird bei Befindlichkeitsstörungen ja intuitiv geraten, yo, fahren Sie denn mal in Urlaub. Ja, und das ist so im Grunde so herrschaftlich. Die Menschen, die im Geschäft oder an der Presse stehen, da können wir nicht sagen, fahren Sie mal öfter in Urlaub, da kriegen Sie genug Vitamin D, gehen Sie mal nach draußen. Das sind alles Irreführungen. Damit ist es nicht zu erreichen. Wir brauchen echte Vitamin D Zufuhr. Und diese neue Bewertung der Befindlichkeitsstörung und allem, was mit diesen Dingen zusammenhängt, können wir bei vitamindrevolution.de nachlesen. Ja, die Befindlichkeit der Ärzte ist tatsächlich gestört, wenn Sie Vitamin D hören. Schon wieder war einer da. Die Ärztin im Beitrag hat jetzt auch an Vitamin D keinen Gefallen gefunden. Und eigentlich denkt man, naja, das ist eine unabhängige Beraterin, die muss es ja wissen, die wird uns schon die Wahrheit sagen. Tatsache ist aber, dass die Ärzte auch eng eingebunden sind in ein System. Ich bin ja selber Allgemeinarzt, ich weiß es. Und es gibt zwölf Gründe, warum sich die Ärzte immer wieder gegen Vitamin D entscheiden. Ich habe mich dafür entschieden. Aber die anderen Gründe sind eben Bedrohung des Laborbudgets. Und es ist kein so tolles Gefühl, wenn man der Wahrheit ins Auge blickt, dass über die Hälfte der Patienten hier schlecht versorgt sind. Man braucht eine ganz andere Praxisstruktur und hat dabei auch keine Hilfe, keine Munition, keine Budgets. Es sind keine Strukturen da, weil von oben her alle sagen, nö, spinn nicht rum, es ist alles gut. Und das haben wir immer wieder gehört bei Radioaktivität, bei Feinstaubbelastung, bei Dieselverschmutzung. Da wird immer beschwichtigt. Alles bleibt weiter bis so wie bisher. Weil wenn wir was tun müssten, dann müssten wir auch irgendwo die Gelder umlenken. Und da haben wir absolut kein Interesse dran. Das heißt, es gibt viele Gründe, dass Ärzte gegen Vitamin D sind, weil es nämlich ihren Ablauf durcheinander bringt. Vitamin D bei gestörter Befindlichkeit, ja. Und dann für Erwachsene 8.000 pro Tag. Rechnen Sie sich das am besten für Ihr persönliches Körpergewicht mit dem Vitamin D Simulator aus. Die Sendung endet mit einem Blick in einen typischen Himmel über Deutschland. Wir haben reichlich Wolken. Die Sonne wird immer wieder verdunkelt. Und dieser Beitrag ist wie eine dunkle Wolke über dem System der natürlichen Vitamin D Zufuhr, die wir im Winter tunlichst ergänzen sollten.